So, hallo liebe Shakes & Fidget-Freunde! Zum dritten Part Shakes & Fidget auf dem Kanal StradoLP Ich beginne mit einem Dungeon-Kampf Ja, das reicht immer noch nicht Ach Egal Dann In die Arena Machen wir mal einen Arena-Kampf Gegen einen Stufe-Fünfer Namens Frisur Oh Blutigen Beil Clinch Okay Das hat jetzt aber Lange gedauert An ihm 25 Pülter Ich bin mit dem Alten hier Zack 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 Ja Ich nehme mal die Mitte Oh Gott Alter, nee Okay, das ist riskant Ja So ein Glück aber auch Okay Okay Nimm mal zwei Okay, dann gehe ich mal kurz raus Komm, alter Mann 13 Gold vorhin und jetzt noch 11 Hammer Das hat ein Pilz gespendet Hat ein Pilz gespendet Ah Ah Okay Verteidige ich auch mal Am 26.02. um 0.08 Okay Die Terror-Gilde Ah ja, hier waren wir schon mal Oh Oh Nein Also ich finde schon dass dieses gilt noch ein bisschen naja nicht so schön aussieht haha Vorschlag nur so ab ich schon so wir sind die aktuellen wegen bilder von das stück Wer ist denn hier Sticks? Baldi! Oh! Mann! Ich drück aber nicht falsch Knopf! Ah! Baldi! Stufe 11! 11! Keine! MAAANN! Oh! Achso! Ja! Achso, ich hab gedacht, warum bringen die Schuhe blocken? Aber es waren ja gar keine Schuhe. Und? Äh, 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 Zauberladen? Okay, also, ich glaub, gleich wenn ich einen Pilz bekomme, wenn, dann bettere ich mal im, äh, äh, im Waffenladen einen weiter. Von den Sachen her. Ja. 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 Wieso kein Pilz? Ja. Ja... ... ... ... ... Wieso kein Pilz? Was? ist doch gar nicht ich will gefälligsten pilz haben egal naja das war es dann auch schon wieder von dem dritten part ich mache die wir jetzt immer nicht so lange damit damit es mehr videos gibt und ich sie auch schneller hochladen kann naja dann ich würde mich über ein abo freuen und ein like wird auch schon reichen würde mich auch sehr überfreuen naja dann bis bald